Musst du eigentlich morgen arbeiten? Leider muss ich morgen arbeiten, Schatz. Ich habe keinen Bock, aber diese Haibaren heute kommen und sagen, morgen muss man es schaffen. Also ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht diesen Mann. Ohne Spaß. So ist das nicht so schlimm? Natürlich ist es schlimm, Schatz. Woher nennen wir? Ich will zuhause sein. Ich will ein bisschen grillen, chillen. Nicht immer arbeiten. Je boge arbeiten. Ja, aber es gibt Überstunden. Es gibt extra Geld. Ja und? Also ich verstehe euch Deutsche wirklich nicht. Ihr denkt nur an Geldüberstunden. Warum sagt ihr nicht zum Beispiel, komm morgen grillen, komm Kuchen essen. Immer zum Schaffen einladen. Was soll das? Von nichts kommt nichts. Ja, von nichts kommt nichts. Aber wir schaffen von Montag bis Freitag. Das reicht. Zwei Tage ausruhen, Schatz. Ja, aber du kannst dich am Sonntag ausruhen. Sonntag. Einen Tag nur. Also ihr seid unmöglich ohne Spaß. Das sind 24 Stunden. Ja, ja. Weißt du was? Ich hoffe, eure deutsche Wirtschaft irgendwann mal total kaputt. Dann kommt ihr nach Bosnien. Hey, weißt du was ich mit euch mache? Ihr müsst jeden Tag schaffen. Sonntag auch. Feiertage. Immer schaffen. Alle frei. Ihr schaffen. Kommt alles zurück. Glaubt mir. Komm, stell dich nicht so an. Ja, wirst du sehen. Es gibt Schlimmeres. Ja, natürlich. Sei froh, dass du Arbeit hast. Ich bin froh, Schatz. Ihr habt nie gesagt, dass ich nie froh bin. Aber ich möchte auch ohne Ende frei haben. Fertig. Punkt. Ich möchte nicht mehr darüber gar nicht diskutieren. Ja, ist okay. 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 Okay.